Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Borreliose Erkrankung, an der ich seit längerem leide. Dazu gibt es bereits ein Video hier auf meinem Kanal. Ich blende dir das mal eben hier oben in der Infokarte ein, falls es dich interessiert. In dem bisherigen Video gehe ich auch näher auf verschiedenes hierzu ein. Falls du mich noch nicht kennst, ich habe vor circa zwei Monaten, genauer gesagt Anfang Juli, eine Banderröte an der linken Seite meiner Hüfte festgestellt. Anfangs hat sich das angefühlt wie ein großer Schnakenstich und war auch von der Größe her so ähnlich, nur deutlich mehr gerötet und auch leicht geschwollen und zwei drei Tage später wurde das Ganze dann immer größer und immer heftiger und ich hatte da auch Schmerzen, also es hat gebrannt und es kamen immer so leichte Stiche rein. Anfangs habe ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, dachte eben einfach es wäre nur irgendein Insektenstich, aber nachdem es eben immer größer wurde und dann auch noch eine andere Form angenommen hatte mit einem Ring in der Mitte, der geschlossen war, so ein rötlicher Ring, drumherum ein weißer und darum dann nochmal ein roter. Da habe ich mir dann schon gedacht, also das könnte tatsächlich Borbuliose sein. Bin auch damals dann zum Arzt und habe das gezeigt und der Arzt meinte zu dem Zeitpunkt, ja das sieht verdächtig aus nach Borbuliose. Ich war mir allerdings schon sicher. Ja mittlerweile haben wir Ende August und die Wanderröte ist schon seit einiger Zeit Gott sei Dank wieder verschwunden, was aber nichts heißt. Auch wenn sie nicht mehr zu sehen ist, ist die Borbuliose leider immer noch da. Ja, der Arzt meinte dann, ich soll in vier bis sechs Wochen nochmal wiederkommen, dann machen wir nochmal einen Bluttest, um sicher festzustellen, ob ich denn auch Borbuliose habe. Das habe ich dann auch gemacht und zwei, drei Tage später habe ich dann das Ergebnis bekommen und dann auch die niederschmetternde Diagnose, dass ich also tatsächlich Borrelien in mir habe, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, dass der Borreliose-Infekt noch ganz neu und frisch ist. Dem war aber nicht so, sondern es wurde festgestellt bei dieser Blutuntersuchung, dass ich die Borreliose-Infektion schon länger habe, dass es also ein älterer Infekt ist und dann habe ich mal zurückgedacht und da fiel mir ein, dass vor circa zwei Jahren, damals bin ich spazieren gegangen, habe auch gerade ein Video gedreht. Damals wurde ich von einer Zecke gestochen, also auch hinter mir sozusagen und das war an so einer schwierigen Stelle, dass ich die selber gar nicht rausbekommen habe. Das habe ich allerdings erst abends, spätabends festgestellt. Deswegen bin ich dann erst am nächsten Tag bei mir im Ort ins Krankenhaus gefahren und habe das dort gezeigt. Ja, und die haben dann das Ganze mehr oder weniger rausoperiert, da es eben an einer schwierigen Stelle war und es hat an die zwei Stunden gedauert, bis sie die Zecke endlich draußen hatten. Von daher bin ich mir eigentlich sicher, dass diese Zecke der Übeltäter war. Oder ist. Ja, in den letzten zwei Jahren hatte ich sehr oft Schmerzen in den Beinen, also brennende, stechende Muskelschmerzen, undefinierbar. Bin damals auch zu verschiedenen Ärzten gegangen und jeder Arzt hatte einen anderen Verdacht. Aber es wurde nie wirklich richtig festgestellt, was ich denn nun genau habe. Der letzte Stand war Fibromyalgie. Dafür bin ich dann auch wieder in dieses Krankenhaus und habe dafür spezielle Gymnastik bekommen. Das hatte aber auch nicht geholfen und ich war mir eigentlich auch sicher, dass es keine Fibromyalgie ist. Denn bei Fibromyalgie kommen die Schmerzen schubartig und wenn sie denn da sind, dann sind sie teilweise so schlimm, dass man dann den ganzen Tag im Bett liegen muss oder auch Fieber bekommt. Und diese Schmerzen wechseln dann am Körper. Und beides war bei mir nicht der Fall. Ich habe die Schmerzen besonders bei extremer körperlicher Anstrengung bekommen. Und wenn ich mich geschont habe, mehrere Tage, dann hatte ich eigentlich auch keine Schmerzen oder war weitestgehend schmerzfrei. Nun denn? Mittlerweile weiß ich ja wie gesagt, dass es Borreliose ist. Nun hat mir aber der Arzt gesagt, dass wir nochmal einige Wochen abwarten wollen und ich dann nochmal vorbeischauen soll. Entweder Ende August oder Anfang September. Dann wird er nochmal einen Bluttest machen, um dann noch festzustellen, ob ich mittlerweile noch einen neuen Borreliose-Infekt habe. Da ich in den letzten Wochen, ich habe einen Garten, in dem ich viel draußen gearbeitet habe. Das heißt, verschiedene Gemüsesorten und Kräuter eingepflanzt habe. Und in dieser Zeit hatte ich auch mehrmals Zecken, die ich zwar immer schnell entfernt habe, aber dadurch kann es sein, dass ich auch noch einen neuen Infekt habe. Das, wie gesagt, wird jetzt demnächst festgestellt. Das weiß ich also noch nicht. Ich hoffe es ja nicht. Ja, der Arzt hat mir damals direkt zu Antibiotika geraten und mir auch ein Rezept dafür gegeben. Ich habe mir das damals aber nicht geholt, da ich keine Chemie an meinen Körper lassen wollte. Sondern wollte es dann auf pflanzliche Basis, also mit pflanzlichen Mitteln probieren. Ich habe auch sehr viel darüber gelesen über die Krankheit, habe mich also sehr viel informiert in den ganzen letzten Wochen. Und habe auch erfahren, dass selbst mit Antibiotika die Borreliose nicht immer bekämpft werden kann und im Gegenteil teilweise nur noch schlimmer wird oder noch länger anhält. Von daher, also nicht nur deshalb, da ich generell gegen Medikamente, Chemie jeglicher Art bin, wollte ich es einfach auf diesem Weg versuchen. Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden lasse. Das tue ich nun hier mit. Was habe ich nun noch dagegen unternommen? Also zuerst hatte ich mir ja CBD-Öl besorgt. Das ist ein Hanföl, das sehr gut gegen Entzündungen und Schmerzen hilft. Und das hat mir auch bis jetzt sehr gut geholfen, muss ich sagen. So gut, dass ich eigentlich kaum Beschwerden hatte. Trotzdem habe ich mir gedacht, das reicht noch nicht. Und habe mir, ja, wollte damals ja unbedingt die wilde Karte mir bestellen, da diese besonders gut bei Borreliose wirken soll. Das habe ich dann auch gemacht, in Form einer, ja, eines Karte Kräuterbitters. Roggenmalz, Kornbrand, ist bio. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das genau das Richtige ist, denn da gibt es ganz viele verschiedene Tinkturen von. Bei der Verpackung hiervon war eine Telefonnummer angegeben, bei der man anrufen konnte. Also, wie gesagt, war die Telefonnummer auf einer Karte, dieser Karte hier. Von Kasimir und Lieselotte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann rufe ich da einfach mal an und frage mal, wie, was, wo. Das habe ich dann auch gemacht. Und der Kasimir war sehr, sehr nett. Der berät einen dann auch und empfiehlt einen, also sucht einen speziellen Therapeuten für die Person raus, weil man das eigentlich therapeutisch mitbehandeln sollte, sozusagen. Er hat auch gesagt, dass er das tut. Ja, und er hatte mir dann empfohlen, dass ich also nicht nur die wilde Karte alleine einnehme, sondern entweder Artemisia anua oder Katzenkralle dazu verwenden soll. Und die Katzenkralle wollte ich sowieso auch haben, da ich mich darüber auch sehr gut informiert hatte und sie auch sehr gut bei Borreliose helfen soll. Deswegen habe ich mir die dann auch noch bestellt. Und der Kasimir meinte dann zu mir, wenn das Katzenkrallenkraut dann bei mir angekommen ist, dann soll ich mich nochmal bei ihm melden. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe ihn dann gefragt, wie ich die beiden Sachen jetzt zusammen einnehmen soll und wie lang, wie oft. Und dann meinte er zu mir, wenn ich zurzeit Beschwerden habe, dann soll ich beides zusammen einnehmen und soll die Katzenkralle drei Wochen lang mit der Karte-Tintur einnehmen und dann eine Woche Pause machen. Unterstützend soll ich noch entweder in die Sauna gehen oder Schwitzbäder machen. Ja, aber eben nur, wenn ich Beschwerden habe. Da ich aber zu der Zeit keine Beschwerden hatte, was ich ihm dann auch gesagt habe, meinte er dann zu mir, ja, dann brauche ich es auch nicht nehmen. Also man soll das nur nehmen, wenn man wirklich Beschwerden hat. Und ich war ja beschwerdefrei. Ja, da habe ich mich einerseits gefreut und habe mir gedacht, ja gut, dann brauche ich das ja gar nicht nehmen. Andererseits habe ich mich aber auch geärgert, da ich mir beides extra im Internet bestellt hatte und die Sachen sind jetzt nicht gerade so günstig. Aber ich habe sie mir eigentlich umsonst bestellt. Aber gut, sie sind ja einige Zeit haltbar. Deswegen habe ich sie trotzdem behalten. Und wenn noch Beschwerden auftreten sollten, kann ich sie ja dann immer noch einnehmen. Ja, zu den Saunagängen. Sauna ist überhaupt nicht mein Ding. Ich vertrage Sauna einfach gar nicht gut. Deswegen habe ich das auch gelassen. Und mit den Schwitzbädern konnte ich mich bis jetzt auch nicht wirklich anfreunden. Habe das auch noch nicht gemacht. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Wiederum habe ich auch gedacht, da ich den Borreliose-Infekt ja jetzt schon über zwei Jahre in mir habe, dann bringt das vielleicht jetzt mittlerweile auch nichts mehr, wenn ich jetzt noch Schwitzbäder mache. So spät nach über zwei Jahren. Also weiß ich nicht. Ja, ich hatte mir auch noch Chlorella und Spirulina-Pulver. Das sind Algen. Hatte ich mir auch im Internet bestellt. Und das seitdem auch täglich zu mir genommen. Das ist sehr gut zur Entgiftung bei allen möglichen Krankheiten. Und stärkt das Immun- und Abwehrsystem. Des Weiteren nehme ich auch täglich Flohsamenschalen zu mir. Die wirken ebenfalls entgiftend bei Krankheiten. Und diese drei Dinge kann ich nur jedem empfehlen. Des Weiteren esse ich sehr viel Rohkost, also rohvegan. Auch das kann bei vielen Krankheiten helfen und wird bei der Porroliose-Erkrankung mich sicherlich auch weiter unterstützen. Dann wollte ich mir ja noch das eine oder andere bestellen dazu. Das habe ich aber dann gelassen. Einfach aus Kostengründen. Ich habe mir jetzt nur noch ein Teil bestellt, was ich aber auch unbedingt haben wollte. Und das ist das Zistrosenkraut. Damit soll man auch sehr gute Erfolge erzielen bei der Porroliose. Und sie soll das komplett bekämpfen. Hiervon soll man täglich vier bis fünf Teelöffel von diesem Zistrosenkraut mit einem Liter kochendem Wasser übergießen und dann acht bis zehn Minuten ziehen lassen und das über den Tag verteilt trinken. Ja, und das mache ich jetzt seit drei Tagen. Bis jetzt bis jetzt habe ich dadurch noch keine Veränderung gespürt, aber mal abwarten. Ja, seit einiger Zeit bin ich nicht mehr beschwerdefrei, was aber wahrscheinlich nichts mit der Porroliose zu tun hat, da ich seit circa drei Wochen wenn ich draußen spazieren gegangen bin, was ich fast täglich tue, bin ich immer Barfuß gelaufen. Also nicht mehr mit Schuhen und auch nicht den ganz normalen Fersengang, sondern den Ballengang. Da ist die Fußmuskeln trainiert und auch die Waden und auch gesünder ist für den Rücken und für den ganzen Körper. Und Barfußlaufen auch. Von daher habe ich mir das angewöhnt. Wenn man das aber nicht gewöhnt ist, dann bekommt man dadurch auch erst mal Schmerzen in den Fußmuskeln und im Sprunggelenk und auch in den Waden bis hoch bis hoch zu den Oberschenkeln. Das kann auch sogar bis in den Rücken rein strahlen. Von daher denke ich, dass diese Schmerzen jetzt davon kommen. Des Weiteren habe ich auch meine Schlaf-Situation drastisch geändert und schlafe nicht mehr so komfortabel wie bisher. Was auch erst mal Schmerzen verursacht. Bis zu zwei Wochen lang im Rücken, in den Hüftknochen, auch in den Beinen und oder auch in den Schultern oder Schulterblättern. Je nachdem, wie man liegt. Ja, von daher können die Schmerzen auch da herrühren. Ein genaueres Video darüber gibt es auch bald mal. Zu meiner neuen Schlafsituation. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, ob die Schmerzen jetzt von der Borreliose stammen oder herrühren oder nicht. Keine Ahnung. Ich warte mal ab. Ach ja, dann habe ich noch etwas Neues in mein Leben sozusagen eingebaut. Ich hatte ja vor einiger Zeit, habe ich mal angesprochen, in meinem vorletzten Video mit Yoga mal angefangen. Was mir aber gar nicht, oder besser gesagt, meinem Körper gar nicht gut bekommen ist. Deswegen bin ich davon wieder abgekommen und habe dann mit Qigong angefangen. Das ist auch eine Sportart, aber noch langsamer als Yoga. Die hat mir sehr gut getan. Dadurch gingen meine Rückenschmerzen weg und ich wurde fitter, wacher. Ja, sie hat mir sehr gut getan, muss ich echt sagen. Aber wenn man sehr unsportlich ist, so wie ich, und eigentlich sein ganzes Leben lang nicht wirklich Sport getrieben hat, außer Fahrrad fahren oder mal schwimmen, bekommt man auch davon Muskelkater und Schmerzen. Des Weiteren mache ich auch seit einiger Zeit spezielle Fußgymnastik, also Fußtraining. Das ist extra für das Barfußlaufen, damit die Füße auch ein bisschen beweglicher werden und auch die Zehen, aber auch davon bekommt man erstmal Schmerzen und Muskelkater. Also kann das alles davon sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich wollte euch jetzt das einfach nur mal mitteilen, wie es momentan aussieht und was ich eben ausprobiert habe. Mehr werde ich mir, denke ich, nicht mehr bestellen. Ja, seit zwei Tagen habe ich leider kein CBD-Öl mehr, da es leer ist. Ich habe vor vier Tagen bereits ein neues bestellt, aber es ist immer noch nicht angekommen. Ich hoffe, es kommt bald. Seitdem habe ich jetzt auch wieder mehr Schmerzen. Ja, keine Ahnung. Mal abwarten. Auf jeden Fall werde ich in ein bis anderthalb Wochen dann nochmal Blut abnehmen lassen und dann mal sehen, was der Arzt sagt. Ob ich jetzt noch einen neuen Borreliose-Infekt habe oder nicht. Ich hoffe es, wie gesagt, nicht. Ja, egal wie das Ergebnis ausfallen wird, werde ich dann dazu nochmal ein zweites kleines Update drehen, um euch weiter auf dem Laufenden zu halten. Auf jeden Fall geht es mir ja im Großen und Ganzen sehr gut und ja, wie man sieht, war Antibiotika nicht wirklich nötig. Also muss nicht immer gleich zur Chemiekeule greifen und kann es erstmal mit pflanzlichen Mitteln versuchen. Ja, das wollte ich noch abschließend gesagt haben. Ich muss dazu auch sagen, dass ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, fast täglich Schmerzen zu haben, da ich es ja seit über zwei Jahren habe und von daher ist es für mich ja eigentlich schon, es gehört eigentlich schon zu meinem Leben. Es ist nichts Neues mehr. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie es sich anfühlt, ganz schmerzfrei zu sein. Diesen Zustand kenne ich nicht mehr. Ja, aber solange die Schmerzen nicht schlimmer werden, ist es okay, dann kann ich damit leben. Manchmal sind sie eben stärker und manchmal sind sie ganz oder sehr schwach, sodass ich sie kaum spüre und dann ist es okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch gute Gesundheit und noch eine angenehme Zeit und sage mal bis zum nächsten Video. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. können D细 Boston bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Europ